Wir kommen jetzt zur Terroristenprüfung. Der erste Prüflin kommt rein und der Prüfer steht da und sagt, na, was haben Sie denn so geleistet? Ja, also ich habe Hochspannungsmasten angesägt und die sind alle umgefallen. Hervorragend, hervorragend! Wie ein Buchstaben hat das Alphabet? Ähm, 26. Bestanden! Der Nächste bitte, was haben Sie geleistet? Also ich habe Kaufhäuser angezündet. Hervorragend, hervorragend! Wie ein Buchstaben hat das Alphabet? Äh, 24. Wieso nur 24? Ja, C und A gibt's nicht mehr. Applaus